Oh mein Gott, who's that guy? Reden wir mal mit ihm. Ich habe alle Duellanten hier besiegt. Auch dich werde ich vernichten schlagen. Und dich rede... Warum reden alle mit russischem Akzent? Ich weiß nicht, klingt irgendwie böse. Okay, komm her. Wir werden dich schlagen. Oh mein Gott, es ist ein Ghoul. Aber das Schöne ist, meine Monster werden durch dieses Feld auch gestärkt. Komm her. Oh mein Gott, der... Stimmt, der hat ja... Hat den Exodia, Deck? Okay. So, eure Fallgrube. Wir haben echt unsere Fallenkarten hier am Start. Das heißt, wir müssen ihn schnell besiegen, bevor er die komplette Exodia auf der Hand hat. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich zieht er sie... Gleich... Alle... Maskenkonstrukt. Okay, das sind also die Ghouls, die haben stärkere Decks. Also die haben dann auch wirklich Themen-Decks und so weiter. Also auch sowas wie... Also mit Exodia und so weiter. Und da gibt's anscheinend sehr viele davon. Aber... Weißer Delfi... Zack. Warum hab ich den jetzt tributiert? Ich weiß es nicht. Weil ich's kann. Okay. Okay. Okay, ich kann den nicht mehr tributieren. Schade. Okay. Äh... Egal. Alter, der mit seinen Scheiß-Monster-Augen. Kack. Alter. Oh. Der Kanonendrache. Aber es lohnt sich nicht, dass sie beschwören. Weil er eh gleich tot ist. So. Tschüss. Duel Sig. 5. 2800 Domino. Antriebs-Golem der beweglichen Festung. Mann, du verliegst unter dieser Karte. Äh... Aber... Das ist doch noch möglich. Verloren? Gegen dich? Wie... Wie... Wär das möglich? Grrrr... Daran wirst du dich noch erinnern. Okay. Du... Du hast die Kurs besiegt? Das ist aber makaber. Ich muss zurück zum Friedhof. Ich bin dir dankbar. Lass mal durch mich durchlaufen. Dankeschön. Okay. Wir haben... Die Ghouls besiegt. Wir sind, äh... Der Wahnsinn. So. Das hieß der Wahnsinn. So. Äh... Wir haben die Ghouls besiegt. Wir sind... Imba. Wir sind wirklich Imba. Okay. Aber, äh... Jetzt... Haben wir jetzt irgendwas freigeschaltet? Oder... Es... Es war schrecklich. Sie sind nicht menschlich. Doch. Wir haben sie besiegt. Also sind sie menschlich, weil... Ansonsten hätten wir nicht... Oder... Oder wir sind auch nicht menschlich. So. Haben wir jetzt irgendwas... Nein, wir haben nicht den Zeus freigeschaltet. Schön. Können wir jetzt... Können wir jetzt gegen Raptor kämpfen? Ich will gegen Raptor kämpfen. Hier unten war doch noch Raptor. Hallo. 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 Ey. Hallo. Ich gebe mich nicht mit Verlierern ab. Wozu meine Zeit mit Schwächlingen? Ah, cool. Wir kämpfen unsere Locator Card. Ich drehe da nur an, wenn der Einsatz sich erlohnt. Aber er hat keine Schornung, ja? Oh, mein Gott. It's Raptor. Der Duellantenmeister. Er ist der Duellweltmeister. Und er kommt hier gleich mit 600 Angriffspunkten. Und einer Fallenkarte. Doch ich komme mit Doron. Und mit Mayon Curry. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen stärkere Gegner. Aber ich werde erst mal seinen Feldeffekt zerstören. So. Und damit habe ich jetzt auch eine 900er Todesblume. Und Kabam. Aber was ist das für eine Fallenkarte, die er da liegen hat? Mysteriös. So. Aber jetzt haben wir ihn schon wieder in unserer Taktik, dass wir ihn einfach immer wieder zerstören. Ne, dadurch keine weiterführenden Taktik machen. Ich weiß, das ist ein bisschen langweilig. Aber das wird noch spannender. Kann ich euch sagen. So. Muka, Muka. Muka, Muka, Muka. So. So. Dann werden wir jetzt schön 600 Angreifen. So. Und damit ist er dann auch schon wieder fast Down. Oh. Und wir uns den ... Man stärkt die Zombielmonster auf dem Spielfeld des Spielers. Hab ich aber nicht. Ne, ich habe aber keine Zombielspieler, keine Zombielmonster. Okay, mit dem kann ich ja nicht angraben. Und der ist tot. Du hast sick. Machen wir uns ein bisschen Domino und Schwerthorn-Drache. Oh, der ist geil. Ein Dinosaurier, der von Speer-ähnlichen Aufsichtgenaden los zu gehen. Ich hab verloren. Mein Dinosaurier-Deck war nicht gut genug. Tja, aber da war nichts zu machen. Nimm diese Karte. Okay, Deckard. So. Können wir wieder gegen den Spielen? Hallo, hallo. Ja, äh, ja. Eigentlich sehen wir das ja nicht, ne? Okay, äh, ja. Ich hab's jetzt verwasselt. Was? So. Ich hab das einfach mal wieder geladen. Äh, ich weiß, ich war nicht nett. Was? Bist du hierhernd? Ich hab mich lustig zu machen. Nein. Was? Du hast es mir noch eine Chance geben. Okay, ich nehm die Herausforderung an. So. Ich bin ja nett. Das war ja nur Spaß. Ich mach mich ja übernehmen lustig, wenn ich im Duell gegen ihn gewinne. Okay. Wir beginnen. Und greifen. Achso, wir können ja nicht den ersten Zug angreifen. Okay. Zug Ende. Er kommt. Oh mein Gott. Elbtraum Skorpion. Und ich habe keine Karte, die diese Karte zerstören kann. Dann aktiviere ich einfach mal Schwarzes Loch. Dann aktiviere ich Top der Gear. Ich greife ihn mit 900 direkt an. Oh Gott, zwei Fallenkarten. Der ist ja der Uber Pro. Heißt das eigentlich Monster oder Karten, die der Dings zerstören kann? Das wäre mal ganz gut zu wissen. Weil ansonsten könnte ich doch seine Zauber- und Fallenkarten zerstören mit den Kanonendrachten da. Das wäre etwas, was wichtig wäre zu wissen. Oh. Mein Gott, er hatte Muckamucko. Weißt du was ich wohl jetzt einfach den Trachter. Okay, es sind Monster, die er zerstören kann. Gut zu wissen. Was ist das eigentlich für ein Typ? Oh, dunkel. Oh, 3100 Angriffspunkte. Überhaupt nicht übertrieben oder so für dieses Spiel. Nein, überhaupt nicht. So, wir ziehen mal eine Karte. Ah, es ist Karnonen-Darma. Okay, zack. Und jetzt mit 3100 direkt. Bam. Okay. Komm her. Ein Tribut muss gezahlt werden. Ja, schön. Und er ist so. Easy. Und wir haben Tricatheon erhalten. Deine Dulan, Stufe liegt unter dieser Karte. Schließlich hast du mich besiegt. Ja, ich weiß. Ich bin halt übelst immer. So, wir haben den Park freigeschaltet. Dann gehen wir doch da mal hin. Oh, wer ist denn das? Ihhh, wie sieht der denn aus? Das ist ja hier Mr. Piercing, Alter. Der Typ da drüben. Er ist mir ja unheimlich. So ist er schon seit zwei Tagen. Und er sagt nichts. Kein Wort. Können wir eigentlich auch gegen diese Random-Typen da Duelle machen? Komm her. Hey, ein Dueller? Okay, aber das geht nicht zu hart mit mir. Ja, klar. So. Komm her. Okay, dann machen wir doch mal unsere schöne Kombo. Kommt die denn jetzt alle mit Fallenkarten hier an, Junge? Okay, wir könnten wieder unsere Kombo durchziehen. Okay, das zerstört eigentlich immer. Also, wenn er nur eins auf dem Feld hat, dann wird das eigentlich immer zerstört. Schön. Okay. Dann machen wir jetzt mal das da. So, einfach mal wieder 3100 Angriffspunkte. Überhaupt nicht übertrieben. So, damit direkt. Damit direkt. Okay, was ist denn das eigentlich da jetzt für eine Musik? Die nervt jetzt schon ein bisschen. Okay, komm her. Die Falle war ein reißender Tribut. Alle Monster auf der Angriffsseite, das Feld, das werden ausgelöscht. Okay, ich wusste nicht mal, was das überhaupt war jetzt, aber... ...interessiert mich irgendwie auch nicht. Und tschüss. So. Easy. Nein. Himmelsdrache bekommen. Ein vogelähnlicher Drache, der auf vier Flügeln gleitet. Mit seinen messerscharfen Flügelnkanten greift er auch an. Ach, das ist aber toll. Ist ganz schön hart, was? Jaja, ich bin ultra hart gerade in der Hose. Glaubst du gar nicht? Wie hart ich bin. Was? Was ist noch was? Was willst du? Stör mich nicht, wenn du nicht willst. Äh, ja, komm her. Du bist also auch ein Duellant. Ich nehme die Herausforderung an, aber bring mir nützliche Infos, dann kämpfen wir. Ich suche einen bestimmten Duellanten. Yugi, weißt du, wo er ist? Ja. Was? Er ist auf dem Spielzeugladen zu finden. Hm, guter Tee. Okay, dann violieren wir uns. Bam. So. Nein. Ich bin nicht bekloppt. Auch wenn ich immer wieder neu laden würde, wenn ich verliere, aber trotzdem. Oh my god. Der fühlt sich so cool. Tschüss. Und Haus der Klebestreifen legen wir noch hin. Und Massenkonstrukt legen wir noch hin. Und so. Angriff. Den holen wir dann noch dazu. So. Lalalala. Tschüss. Und tschüss. Danach gewinnen wir die Karte Wald. Wir machen ein Tribut für den Löwenzauberer. So. Dann kommt der hier noch weg. Und dann ist der tot. So. Mayon Curry. Mayon Curry. So. Na guck mal hier. Ein Lichtmonster. Okay. Oh wow. Ich habe gewonnen. Welch Zufall. Ja ja. Ja ja. Schön. Danke. Vielen Dank. Eine Kriegerin, die mit dem Blut ihrer Opfer getränkt ist. Sie wandert über die Kampffelter, unfähig zu sterben. Sie ist unfähig zu sterben. Ich wäre auch gern unfähig zu sterben. Oh. Ich wollte mich eigentlich selbst umbringen, aber ich bin unfähig dazu. Ich muss mich beilen und ich finde nachher, ich sollte dir etwas mitteilen. Maya Valentine, angeblich die beste Duel Anton. Ich saß in der Nähe des Gebäudes. Hä? What the fuck? Ich saß in der Nähe des Gebäudes. Welches Gebäude? Wir sind in einer Stadt. Ja, wissen Sie wo, wo, ähm, wissen Sie wo McDonalds ist? Ja, das ist in einem Gebäude. Alles klar. So. Hey, willst du? Mit wem soll ich als nächstes kämpfen? Möchtest du ein Duell? Ja, komm hier. Komm her. Komm her, Junge. Aha, er meinte, er wäre nicht stark genug. Dann werde ich, äh, umso härter durchgreifen. Wir beginnen mit einer Spiel für Zauberkarte. So. Dann holen wir die Maske der Finsternis und beenden unseren Zug. So, dann schwimmen wir den Sturm-Dograa. Und beenden unseren Zug. So. Äh, Speer-Idiot. Die kann er vielleicht sogar zerstören. Ja, er kommt an und greift an. Wie innovativ. Und dafür habe ich was anderes. Und zwar den da. Oh, jetzt habe ich einen Tributieren. Ups. Ja, es kann manchmal passieren, dass ich mich verdrücke. Aber das, äh, tut nichts zu sagen. Dadurch wird es vielleicht sogar etwas spannender. Weil sonst wäre jetzt wieder so ein Imba-Monster auf dem Feld. Und das wäre ja langweilig. Das habe ich alles geplant. Also. Ja. Okay. Komm her. Äh, Angriff, Tod, vorbei. Tschüss, auf Wiedersehen. So. Ich bin Andrei. Ich, äh, mache eine Tribut-Beschwörung zu dem Schiesstachen. Anschüss. Und greife ihn direkt an. Okay, also ein Lichtmonster könnte ihn zerstören. Aber ansonsten nichts. Und gute Nacht. Also. Erstmal ein bisschen easy gewinnen hier. Duell sich. Die Kapazität an deines Sechs ist um fünf gestiegen. Ja. Sehr schön. Deine Duellantenstufe liegt unter dieser Karte. Vielen Dank. Du hast offensichtlich sehr geschickt. Meine Lieder gegen dich war ja wohl klar. Ja, natürlich. Hi, wer bist du? Du sagst, wie ein Duellant. Willst du ein Duell? Ja, aber vorher muss ich speichern. Du siehst aus wie ein Duellant. Willst du ein Duell? Okay, ja, komm hier, komm hier. Okay, fangen wir an. Oh Gott, ich habe den Clown-Zombie als Ante verwendet. Das ist ja, oh. Wow. Ich bin so von mir selbst überzeugt. Komm, mach mal das so. Ich meine, wenn der andere Charakter ist, dann muss er zerstört. Also easy. Warum habe ich es nicht direkt angegriffen? Ich weiß es nicht. Nee, wir holen trotzdem Däden, weil ich den mehr mag. Obwohl er wenige Angriffspunkte hat. Aber er sieht cool aus. Okay, it's die Vault-Karte. Jetzt habe ich ein bestimmtes Übelst in die Hände gespielt. Nein, habe ich nicht. So, tschüss. Okay. Mayon-Curry. Oder Mojan-Curry heißt die Karte hier eigentlich. Ich konnte eine zweite Fallen-Cote. Das wird jetzt bestimmt die Übelste Karte werden. Okay, oder? Ich frage mich immer, was die da hinlegen. Wahrscheinlich diese fehlerhaften Trap-Cards. Diese Karte, die keinen Effekt hat. Und einfach nur dazu da ist, um irgendwelche Leute zu tricken. Wozu? Ich verstehe den Sinn dieser Karte nicht. Vor allem nicht in diesem Spiel, weil die kommen Gegner trotzdem angreifen. Egal, was du da liegen hast. Oh, wieso habe ich denn jetzt tributiert? Naja, keine Ahnung. Beschwüre ich halt, äh, Mophi. Aber vor allem, weißt du, einfach mal in der Battle-Phase Monster beschwören. Klar. Baron des feindlichen Schwertes. Meine Dueland-Stufe liegt natürlich wieder mal darunter. Ja, wir haben verloren. Oh Gott. Oh Gott, hier sind noch mehr Menschen. Ja, bist du. Hä? Du bist auch Dueland. Ich auch. Ich so, Gegner. Möchte so gegen mich kämpfen. Äh, ja. Nachdem ich gespeichert habe. Das ist so. Äh, da kommen wir her. Jo, erleben wir uns. Dö, 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 dö. Oh mein Gott. Wir gehen mit David. Wir machen das. Aktivieren das. Und wehren unser Zuh. Da. Dann trübertieren wir ihn und holen den Löwen-Zauberer. Beenden unser Zug. Wir beschwören den Verwandlungskrug. Oh Gott, er hat eine Karte gesetzt. So. So, dann machen wir doch mal hier ein bisschen Aufräum-Taktik. Der Falle handelt es sich um die Säure-Fallgrube. Komischer Vogel verschwindet. Er verschwindet. So. Letzter Krieger. Direkter Angriff. Zaaack. Es ist gut, dass wir die Fallenkarten gekauft haben. Weil dadurch, äh, ja, sind wir ein bisschen easy peasy können wir hier durchlaufen. Warum greif ich da mit an? Ich weiß es nicht. Weil er eh tot ist. So. Es war genau auf den Nullpunkt. Schild-Tiger. Deine Landstufe liegt unter den Kosten. Danke. So, dann. Welche Enttäuschung. Bin ich schwach? Vielleicht solltest du... Sollte ich das Duellieren aufgeben? Wirklich? Vielleicht solltest du es etwas mehr versuchen. Danke für deine Erwaltung. Ich hoffe, dass du das durchhalten wirst. Ich mache weiter. Weißt du, Duellieren macht mir Spaß. Ja, siehst du, wir sind doch nett. Und wir speichern. Hallo. Aus. Du, kleiner Punk, wir sind nicht erledigen. Ja, komm doch her, Junge. Okay, wagen wir jetzt. Junge. Jetzt wird gef... Nein, wird nicht. Äh, es wird, äh, zerstört. Und zwar beginnen wir damit. Okay, wir haben die Monster-Wiedergeburt gezogen. Oh Gott, er hat Mayon-Püri. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben alle dasselbe Deck. Ich weiß nicht, warum mich dieser Gedanke beschleicht. Oder zumindest ähnliche Decks wie wir. Oh, wow. Nur weil ich die falsche Karte beschworen habe, oder wie? Tschüss. So. Äh, 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 äh. Wir greifen an. Hieros Schatten. Ja. Ja. Ach so, wir haben schon... Okay, danke. Nicht mehr angreifen. So. Ähm. Was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt aktiviere? Ein Monster vom Friedhof-Srienters kommt... Ach so. Es wird ein Random-Monster gewählt. Alles klar. Wut... Äh. Ich verstehe den Sinn nicht. Hoffentlich wählt er automatisch das stärkste Monster aus dem gegnerischen Friedhof, weil sonst... Damit habe ich noch nicht angegriffen. So laberlich. Oh, wow. Guck mal, was ich auch kann. Ich kann auch ein Mojan-Curry aktivieren. Und ich kann, äh, dein eigenes Monster tributieren, um mein Monster zu beschwören, was stärker ist als seins. Ja, ich weiß. Ich bin ein professioneller Yu-Gi-Oh!-Spieler. So. Oh my God, jetzt der Palm King Guy ist der King. Nee, nicht. Dann holen wir den doch mal hoch. So. Der Stern-Boy. Und tschüss. Und wir haben gewonnen. Antiker Hexenmeister. Ein maskierter Zauberer aus vergangenen Zeiten. Mit, äh, mit Stangen. Was? Mit Stangen? Okay. Mit den Stangen führt er diverse Angriffe aus. Wo sind da Stangen auf dem... Äh, ja. Da, ich habe verloren. Und gar... Das war aber eine schlimme Niederlage. Okay. Ähm. Oh. Guck mal hier. Äh, Hager. Fuh, fuh. Alle diese Lotanten hier sind meine Schüler. Wenn du gegen mich an im Duell musst du erstmal alle anderen besiegen. Ich vergeude meine Zeit nicht mit einem Weichei. Okay, okay. Aber, das werden wir nicht jetzt machen. Sondern erst in der nächsten Aufnahme ist ja schön. So, äh, 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 äh. Zum Uhrentonplatz müssen wir gehen. Aber, zuvor, möchte ich bitte aus meinem Deck noch eine Karte entfernen und diesen Magier da reinpacken, weil tausend Angriffspunkte sind schon geil. Und zwar habe ich hier doch irgendwie so ein Level-1-Monster drinne gehabt. Das ist irgendwie total... Das waren ja die Knochenmaus nicht. Das war noch schwächer als die Knochenmaus. Hier, die böse Schlange. So. Dann gehen wir jetzt hier zum Stamm. Können wir den eigentlich mittlerweile... Okay, dann können wir nicht. Okay, können wir auch nicht. Ich muss ja mal gucken, dass ich vielleicht dann irgendwelche Karten mal reinpacken kann. Nein! Okay, das geht auch nicht. Ich meine, nur Landschule. Aber hier, dieser komische Magier mit den... Hier. Der passt da rein. Okay. Wir haben jetzt nämlich schon eine Duell-Anstufe von 142. Und schon 4 von 6 Locator-Cards. Alles klar. Da siehst du mal, wie schnell das Spiel eigentlich geht. Aber da kommt dann noch was. So, wir möchten das Spiel speichern. Yep. So. Und, äh... Ja, dann war das damit die erste Aufnahme-Session von Yu-Gi-Oh! Die Heiligen Karten. Wir haben sehr viel geschafft. Und, äh... Ja. Dann würde ich mich einfach mal verabschieden. Bis, äh... Zur nächsten Aufnahme. Sayonara. Und da, auf oder? Wander dann mal verabschieden.